na bett zusammen ich grüße euch alle wieder recht herzlich zu unserem kleinen stream gegen die einsamkeit an diesem wunderschönen mittwoch und ich sehe ich sehe ihr habt ein bild ihr habt ein bild ihr könnt euch nicht auswählen was hier gerade noch los war so sorry wenn es wieder ein bisschen ich habe mich jetzt nicht wie sagt man gestylt oder so es wurde ein bisschen knapp grüße gehen erstmal raus haben meine modi noch die hat übrigens geburtstag und ich habe gerade noch ebenso während ich den stream nebenbei vorbereitet habe mit ihr noch telefoniert zwar wunderbar und also einmal geburtstagsgrüße bitte an meine fuchsige mutti ja sie hat es auf jeden fall verdient sie geht raus mutti und ja dieses spiel ist tatsächlich etwas schwierig sag ich mal also es hat kein fenstermodus aber nur sehr abartige auflösungen ich habe jetzt eine auflösung in dem spiel eingestellt wo das spiel schon sagt lass mal lieber lass mal lieber stecken nach sich zur grüße zurück wunderbar moody ist am start moody ist mit am start kann nichts schiefgehen tode sind im start game ist am start ich würde sagen das wird schon irgendwie werden würde ich sagen dass das wird schon irgendwie klappt also wir haben ja ganz munter zusammen gemeinsam blackmail 1 durchgespielt und wie sich das gehört werden wir jetzt munter mit blackmail 2 weitermachen und danach auf blackmail 3 natürlich umschwenken ich kenne auch dieses spiel natürlich überhaupt nicht ich bin heute ziemlich durch das heißt ich brauche eure hilfe also mit meinem gehirn alleine wird nichts ich brauche eure feuchten gehirn ist es läuft es nicht deswegen gehirn unter den arm geklemmt und noch ein bisschen leistung jetzt am abend erbringen wir starten ganz gemütlich ich würde jetzt erstmal sagen neues spiel wir müssen auch ton noch alles irgendwie austarieren keine zeit gehabt das machen wir jetzt einfach so on the fly wir legen einfach mal los oder wieder schon bei all diejenigen die frisch zugezogen sind und hier mit dabei sind wenn ihr das spiel schon kennt oder hat eine lösung jetzt hier böserweise irgendwie habt bitte natürlich nicht direkt irgendwie jetzt die lösung rausballern sondern erst dann wenn ich anfange zu verzweifeln es gibt die momente da gibt es eindeutige zeichen wenn ich signale sende dass es nicht weitergeht und haut mal ruhig raus dann gut genug geredet ich sag jetzt erstmal neues spiel wir gucken uns intro und so weiter an und dann tarieren wir ein bisschen ton aus und dann dann geht es schon erstmal grüße an alle die da sind ist wieder ordentlich was zusammenkommt ich freue mich dass ihr alle dabei seid und ja legen wir erstmal los ne einfach erstmal loslegen bitte wähle einen spielmodus einfach oder normal der einfache spielmodus bietet zusätzliche spielhilfen die möglichkeit spielpuzzles zu überspringen und weitere tipps im tagebuch zu erhalten es bietet nur die möglichkeit man muss sie nicht nutzen oder kennt das einer welche grafik hat an pc geforce rtx 2 80 ti sehr gut der counter ist am start ja ich habe vom ersten teil gelernt ich höre nicht mehr auf euch der counter ist immer mehr dabei es ist nur eine frage der zeit bis ich sterbe und wir werden sterben ich werde wieder stromkabel ablecken ist alles mögliche möglich ich hatte noch eine umfrage gestartet für alle dies nicht mitgekriegt haben wo ich einmal gefragt habe ob wir den chat in den videos drinnen lassen sollen oder ob ich den rausnehmen soll es knapp geworden aber es wurde sich für lassen wir den chat drinnen deswegen ich habe jetzt drinnen gelassen so gut ich mache mal einfach weil das ist optional dann haben wir die möglichkeit falls es nicht weitergeht let's go erstmal rein jetzt hier das hat sich grafisch schon ein bisschen was getan muss man sagen ist das samuel oder was samuel 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 Das ist ja auch so schön, das ist ja gut. Warum? Da bist du ja! Bitte, sag doch was! Wo bist du gewesen? Sie ist sehr leise. Du hast mir versprochen, dass du nicht mehr einfach verschwindest. Au, was ist mit dir? Ich kenne dich nicht mehr. Ich kenne meinen eigenen Mann nicht. Du verschwindest jede Nacht. Du sprichst nur noch, wenn es unbedingt sein muss. Wo ist der Samuel, den ich geheiratet habe? Ich will meinen Mann zurück! Was habe ich getan? Was wollte ich doch nicht? Nein! Geh mal! Nein! Okay, das ist äh, schon ein bisschen scheiße jetzt so. Ich wusste ja nicht, dass er das alles gesehen hat. Das wurde damals bei Teil 1 ja nicht ganz klar, dass er das auch miterleben durfte. Heftige Scheiße. Gut, da werde ich auch ein bisschen durch. Dafür war er noch ziemlich gepasst. Jetzt ohne Scheiß. Wir sind in Main. Okay. Kapitel 1. Wunderbar. Hat das doch einen Namen? Nö. Namen hat man jetzt weggespart. So wichtig ist es auch nicht. Na los, mach schon. Dreh die verdammte Sicherung wieder rein. Ich will den Laden öffnen. Okay, also es sieht schon ein bisschen krasser aus. So, bei einem neuen Tagebucheintrag blinkt oben links das entsprechende Symbol auf. Du kannst das Tagebuch über die Anzeige oben rechts oder mit den Tasten, äh, mit den Tasten was? Keine Ahnung. Hier. Tagebuch öffnen. Semesterferien in Bedford. Semesterferien. Okay. Fuller, was? Fullers Photoshop? Warum bin ich eigentlich noch nicht ausgerastet? Ein ödes Küstenstädtchen in Main. Ein Job in einem heruntergekommenen Fotostudio mit einer Comicfigur als Chef. Äh, und Moms wohlmeinenden Ratschlägen. Jeden Morgen und jeden Abend. Und das noch drei Wochen lang. Gott, ich wünschte, die Semesterferien wären endlich zu Ende. Aber ich muss gestehen, ich habe mir in meiner Zeit niemals gewünscht, dass die Semesterferien zu Ende wären. Hau es mal rein in den Chat an, äh, die Studenten oder ehemaligen Studentinnen. Äh, ne? Oh Gott, ich kann ja schon wieder gar nichts lesen da vorne am Fernseher. Junge, du musst dich mal ein bisschen entspannen. Alter, was ist denn los mit ihm? Okay, äh, erst mal die Frage, wie ist der Sound? Ist gut? Ist was zu laut? Ist was zu leise? Hört ihr das sanfte Schreien? So, warte, was hat er gesagt? Of course, main, because there is the main product. Leise Bruder. Also ich hatte jetzt eigentlich nur zwei Wochen Semesterferien, weil davor eine Prüfung war. Gut. Der Chef ist schon mal sympathisch. Ich habe mir oft gewünscht, dass die Semesterferien zu Ende sind. Semesterferien waren Stress, Hausarbeiten, Schreiben, bis zum Abwinken. Semester war wenigstens nur in Kursen anwesend sein. Puller ist immer so nett. Wie geht's dir, Fuchs? Oh, schnuppiwuffi, was machst du denn hier? Schön, dich mal wieder zu sehen. Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich bin hier ganz fleißig dabei, ne? Gut, auf Handy sieht man auch nicht viel mehr. Also hier huckelt auf jeden Fall nichts. Ich hoffe, technisch habt ihr alles im Griff, aber wir müssen vielleicht doch mal den Wechsel. Sound ist im Verhältnis zu deiner Stimme. Klein wie die Gleise. Ja, du musst immer hören, es ist gerade kein Background-Noise, ne? Also das Einzige, was bis jetzt Geräusche macht, war der schreiende Mann. Wird das heute noch was? Es kann doch nicht so lange dauern, ne neue Sicherung einzusetzen. Weißt du, und jetzt im Vergleich, war der schreiende Mann, äh, zu laut oder zu leise? Ich fange jetzt mal an, mir ein bisschen Sachen anzugucken. Ein Lichtschacht mit Gitter, führt hoch zum Hinterhof. Ich mach mal noch ein bisschen lauter, warte mal. Geht das? Menü öffnen. Option. Ja, tut mir leid, das müssen wir leider in-game machen, weil ich kann nicht raus-switchen und so weiter. Ich konnte das nicht vorbereiten, dann müssen wir so durch. Lautstärke generell, ja, komm. Einfach mal, einfach mal hochdrehen, Alter. Speichern. So, nochmal wieder checken. Das war das, er geht erstmal weg. Die Scharniere am Kellergitter sind verrostet. Keine Ahnung, ob man es noch öffnen könnte. Dürfte zumindest höllisch quietschen. Okay. Hab gesehen, dass du mal wieder streamst. Ich streame jeden Mittwoch. Eine alte Kleiderpuppe. Dem Geruch nach zu urteilen, ist sie irgendwann einmal feucht geworden und schimmelt nun vor sich hin. Ist jetzt besser? Also noch lauter würde ich wahrscheinlich nicht machen, aber haut's mir ruhig rein. Wenn's dann immer noch zu leise ist, äh, raushauen. So, wir müssen Sicherung reindrücken. Erstmal fokus jetzt aufs Game. Äh, rechte Maustaste? Okay. Kellerfenster. Ich will das Gitter nicht öffnen. Warum auch? Er ist immerhin genauso nett. So, erstmal gucken, was im Tagebuch abgeht. Was, was ist hier jetzt passiert? Neueste Aufgabe. Der Strom im Laden ist ausgefallen. Vermutlich die Sicherung. In diesem Haus ist einfach alles Schrott. Aber Völler scheint nicht gewillt, auch nur einen Dollar zu investieren. Ja, da müssen wir so bei. Also, Sicherung muss wieder rein. Ich muss jetzt mal eben rein. Gartenschlauch. Ein alter Gartenschlauch mit garantiert mehr als den zwei vorgesehenen Löchern. Weil hier ja auch alles im Arsch ist. Damit kann ich nichts anfangen. Ich vermisse jetzt schon die Stimme von Johnny Depp, muss ich sagen. Bierkiste. Da sind wir doch richtig. Da läuft doch schon. Eine Bierkiste mit 24 Flaschen. Alle leer. Und die Flaschen sind nicht verstaubt. Bier hält hier nicht lange. Läuft bei ihm. Da wird halt ordentlich reingeorgelt. Ne, was geht? So, wir haben einen alten Teddybär. Was haben wir denn noch? Ist hier immer noch Absuchen angesagt oder konnte man jetzt einen Knopf drücken? So. Die gammelige Holzpalette versperrt mir den Blick auf die unteren Regalbretter. Ich kann nicht erkennen, was dahinter steht. Sie ist gammelig. Ich kippe sie doch einfach um. Die gammelige Holzpalette versperrt mir den Blick auf die unteren Regalbretter. Ja, ich kann nicht erkennen, was dahinter steht. Ach so, dann ändert sich der Modus. Alles klar. Gibt eine Taste. Leertaste, glaube ich. Okay, wir probieren es gleich mal aus. Na los, mach schon. Dreh endlich die verdammte Sicherung wieder rein. Du musst dich entspannen, Junge. Das ist hier alles für hochgehabt. Ach, guck mal. Tatsache. Das ist natürlich sehr angenehm. Das ist sogar switchable. An, aus, an, aus. Ich sehe hier schon mal was Lustiges. Wasser haben. Wasser, Eimer. Okay, wir fangen mal an. Hier haben wir einen Five-Eimer. Okay. Ein verbeulter Farbeimer mit fast einem halben Zentimeter Staub auf dem Deckel. Wir müssen mal den Chat nochmal nachgucken hier. Nicht, dass ich was verpasse. Das ist richtig draggy. Black Mirror 1 spielt, glaube ich. Aber ich muss noch weiter hoch. Ich werde einmal kurz den Chat nacharbeiten, dann geht es weiter. Ich glaube, die Handlung spielt einige Jahre nach dem ersten Teil. Ton passt. So, vom Handy aus PC gewechselt. Der Chromecast wollte sich auf den TV. Ja, die Technik. Ich sage dir das. Ich streame jeden M-Tag, wenn es geht. Was auch immer ein M-Tag ist. Aber das freut mich. Okay. Aber mit dem Chef hätte erklärt, wieso Samuel so wahr ist. Ja, gut. Das ist wahr. Das ist wahr. Das ist richtig draggy. Black Mirror 1 spielt, glaube ich, in den 80ern. Oder Anfang 90er. Spätestens 91. Black Mirror 2 spielt. 1903, 1903. I don't know. Alter, warum sind Fandoms zu faul? Spoiler-Warnungen zu geben. Ich habe gerade über den Hauptcharakter mehr erfahren, als ich wollte. Geh dich auf, Mann! Ja, entspann dich. Ich muss den Chat lesen. Was ist denn nicht richtig mit ihm? Gute Besserung, Schnuffi Wuffi. Ich wünsche dir auch gute Besserung. Ich weiß noch nicht, wieso. So, bin jetzt auch mal erst am Start. Wunderbar. Gib eine Taste. Hatten wir. Bla, 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 bla. Wie lange? Okay, jeden Montag und Mittwoch. Ach so. Das ist ja easy. Foto, Hintergrund. Let's go. Oh mein Gott. Wer lässt sich denn vor so einem Hintergrund fotografieren? Aber anscheinend war das mal gefragt. Damals, damals. Was haben wir hier noch? Farbeimer hatten wir uns angeguckt. Ist ein bisschen Glück, dass die Sachen weiterhin aktiv bleiben. Auch wenn wir sie schon angeknuckt haben. Das verwirrt mich. Lieber nicht. Wenn ich schlechte Bilder sehen will, kann ich das auch oben im Laden tun. Er ist nicht sehr überzeugt von den Fähigkeiten seines Chefs. Da ist der Sicherungskasten. Mal eben aufmachen den Apparat. Ein alter, staubbedeckter Sicherungskasten. Oben kommen eine Menge Kabel heraus, die an den Deckenbalken entlang verlegt sind. Sieht nicht sonderlich vertrauenserweckend aus. Einfach aufmachen. Wie alles, was Fuller gehört. Ziemlicher Schrott. Na gut. So, jetzt geht es mal los. Hier haben wir eine App Deckung, die scheint irgendwie ausgedreht zu sein. Hier muss die defekte Sicherung drunter sein. Fuller hat wohl schon daran herumgedreht, aber mal wieder nichts gebacken gekriegt. Defekte Sicherung. Die anderen drei Sicherungen sehen ganz in Ordnung aus, aber die hier ist hinüber. Er hat eine ganz schön negative Attitude. Ich muss auch sagen, also da war sogar Samuel besser drauf. Der hat zwar nur mit normalen Personal, also mit Dienstleistungspersonal ein bisschen rumgeeiert, aber er ist richtig negativ drauf, du. Das ist so, weiß ich auch nicht. Nimm die mal mit. Die schmeiß ich gleich weg, sonst komme ich noch durcheinander. Okay. Jetzt muss ich nur noch eine heile Sicherung einsetzen. Müssen wir erstmal eine finden, ne? Liegt hier irgendwo eine rum, mal meinen Lieblingsknopf verwenden. Da ist der Hauptschalter, da ist ein... Eine Sicherung auszutauschen, schaffe ich gerade noch ohne Anleitung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich vielleicht ja nicht als Spieler, ich bin nicht so hochbegabt wie du. Junge, was ist denn sein Problem? Wir gehen erstmal zurück, ne? Bin wieder weg. Nimm jetzt ein gesundes Bad. Mach das, ne? Badewanne ist immer das Beste. Nimm dir noch einen schönen Tee mit dazu. Schön irgendwie Kräuterbad rein und so. Dann einfach nur zurücklehnen und genießen, dann geht es schon. Das ist immer so mein Ding. Also, wir müssen eine heile Sicherung finden. Was haben wir denn hier noch so? Vollgestelltes Regal. Mal sehen. Einige Plastikbehälter, Flaschen und Schachteln. Glühbirnen, Kabel, Schmierfett. Ah, und ein kleiner Karton mit Sicherungen. Das läuft einfach nur. Yo, Fuchs. Feier dich und schau fast seit einem Jahr dich bindel. Freut mich auf jeden Fall. Erstmal willkommen hier im Live-Stream mit dabei. Und ich freue mich immer, wenn es gefällt. So ein Synchronsprecher ist übrigens Tim Knauer. Wer ist Tim Knauer und aus welchen Rollen kennt man ihn? Ich finde es geil, dass die Anleitung da hängt, nur damit er meckern kann. Ja, da hat sich einer halt echt gedacht, die bauen wir da ein. Nur damit er sich dann drüber aufregen kann. Ist doch vernünftig. Also, wir haben jetzt eine kleine Sicherung. Wo ist unser Inventar? Hm. Hatte die denn jetzt? Wird das heute noch was? Junge! Ich kann doch nicht so lange dauern, eine neue Sicherung einzusetzen. Könntest du bitte dich mal ein bisschen entspannen? So. Wir haben mal die Sicherungsschachtel mitgenommen. Hoffentlich funktionieren die Ersatzsicherungen. In diesem Laden hier weiß man ja nie. Alles entspannt. Wenn du ein Item im Inventar aktivieren möchtest, klick es mit der rechten Maus. Das ist dann, man. Der Font ist wirklich nicht so geil, Alter. Ich hätte es mal nicht so hoch auflösen sollen. Im Karton ist nur eine Sicherung. Aber die sieht wenigstens unbenutzt aus. Ich denke, sie müsste noch funktionieren. Muss ja nichts heißen, sag ich jetzt mal. Das kann ja auch noch nach hinten losgehen. Wir drücken die jetzt einfach mal rein. Hoffen das Beste. Übrigens, vorhin kam die Frage, ob ich den Hahn angemacht habe. Ich habe ihn vergessen. Wer also auch immer gefragt hat, bitte gerne die Rolle des Hahns übernehmen. Bei der zweiten Runde werde ich hoffentlich dran denken. Es war gerade alles etwas stressig und kurzfristig. Ich muss es zugeben. Hallo? Da. Ja, also. Einmal daran drehen, würde ich sagen. Nicht lecken. Nicht lecken. Wie lange streamst du heute? Wir machen immer so drei Stunden. Bin auch schon ziemlich asynchron, weil es ständig nachlädt. Ich kann nichts tun. Falke darf dann krehen. Ich wollte gerade sagen, der Falke muss warten. Aber wenn er jetzt schon asynchron ist... Dann schauen wir mal. Okay. Es war Licht. Sieht ja gleich viel besser aus, die Erziehung. Die brauchen wir nur nicht mehr. So, die Leertaste zeigt dir alle verfügbaren interaktiven Punkte einer Fähne. Einer Fähne. So, dann haben wir hier noch einen Wasserhahn. Ich klicke noch mal ein bisschen durch, so was er so ist. Einfach aus Interesse. Ein Wasserhahn. Falls Fuller einen Garten hätte und ihn bewässern wollen würde, könnte er das von hier aus tun. Aber in Fullers Garten würde so oder so nichts wachsen. Okay. Ein uralter, verrosteter Eimer. Auf dem Boden steht noch ein Fingerbreit Wasser. Ist der W eigentlich schon am Start oder vermissen wir ihn noch? Der W, wenn du da bist, gib mal laut. Aber ich glaube, du wirst wahrscheinlich noch nicht da sein. Rauche den Support. Aber wir kriegen das schon hin. Gemeinsam schaffen wir das. Ich bin da voller Zuversicht. Bei mir lags auch gerne oder Zeitlücken-Video. Allerdings muss ich für die Schriftstücke auch in den Monitor kriegen. Ohne Scheiß. Die kann ich auch kaum lesen. Das ist vom Font her so winziglich klein, dass ich das auch selber kaum lesen kann. So, darf ich jetzt vielleicht doch mal an den Schnüren ziehen? Oder kommt das später? Wenn ich schlechte Bilder sehen will, kann ich das auch ohne. Hattest du erwähnt. Hattest du erwähnt. Ist okay. So, warte. Einmal hatten wir Bodenbretter. Dann nochmal gucken. Auf den Bodenbrettern liegt nur wenig Staub. Sie glänzen geradezu. Steht Fuller hier jeden Abend und trinkt ein Bier und schaut sich die hässlichen Bilder an? Möglicherweise. Ich wette, dass auf irgendeinen dieser Bilder ein Kommuniqué gespeichert ist, das wir nachher noch brauchen. Die werden das nicht einfach so eingebaut haben. Da wird noch was gehen. Gut. Mehr sehe ich jetzt hier nicht. Die Lampe noch. Eine zeitlossschlichte 80 Watt Birne an einem Kabel. Ein Klassiker. Und läuft auch noch. Muss man sagen. In dem Laden auf jeden Fall noch etwas Funktionales. Ansonsten scheinen wir hier erstmal durch zu sein. Ich würde sagen, wir gehen hoch. Dann hoch. Oben wartet ein wundervoller Arbeitstag voller Anerkennung und innerer Befriedigung auf mich. Aber wenn man mit so einer Mute rangeht, dann wundert mich das nicht. Dann wird es auch nicht. Was ist denn los mit ihm? Leiter Choleriker oder so, ne? Wäre beschildt. Der Laden läuft nicht gut. Und ich denke, daran wird auch ein billiges Schild nichts ändern. Aber was soll's. Nimm es doch bitte. Um zusätzliche Hintergrundinformationen zu Personen zu erhalten, klicke sie mit der rechten Maustaste an. Die Magie der rechten Maustaste bleibt uns erhalten. Der Laden läuft nicht gut. Ja, das weiß ich ja schon. Komm, einmal ihn hier anklicken. Fuller, was soll man sagen? Ein guter Grund an der Menschheit zu zweifeln. Ich arbeite erst seit ein paar Tagen hier und mittlerweile habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass er sich auch mal wie ein normaler Mensch verhalten wird. Das hier dürfte der anstrengendste Ferienjob werden, den ich je hatte. Ferienjob im Fotostudio? Ja, klar. Super Sache. Neues Lernen, Kohle verdienen. Und Fuller. Die Realität sieht anders aus. Dicker. Kahler. Okay, muss ich mir jetzt geben. Das war lustig irgendwie. Das fand ich jetzt nicht schlecht. So, komm, nimm mal das Schild jetzt. Komm, auch. Ei, 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 junge. Ich würde dir jetzt fragen. Wie hat wohl jemand den Kopf verdreht? Hm? Du hast es verkehrt herum hingestellt. Ähm, ja. Oh, die Vibes. Ist es Liebe auf den ersten Blick? Ich möchte Porträtaufnahmen machen lassen. Schöne Schwarz-Weiß-Bilder. Bin ich da bei dir richtig? Oh ja, genau richtig. Schwarz-Weiß-Fotografie ist meine absolute Spezialität. Wunderbar. Dann können wir ja loslegen. Ich heiße übrigens Angelina. Ich bin Darren. Lass uns reingehen. Willkommen in Fullers Fotoladen. Was kann ich für Sie tun? Äh, ich möchte Porträtaufnahmen machen lassen. Sehr gut. Wir können sofort anfangen, werte Dame. Aber, äh, eigentlich sollte Darren... Aber, aber, der ist doch nur der Laufbursche. Ein schönes Kind wie sie verdient einen richtigen Fotografen. Hier, hol die Post ab und bring den Brief zu Mrs. Byber, deiner am Hauptplatz. Ich hab zu tun. Na wunderbar. Gerald, bist du's? Mit der Tab-Taste kannst du Cutscenes überspringen. Ja, das wollen wir ja nicht. Wir wollen die Story ja mitnehmen. So, was ist denn hier noch so los? Schaufenster, erstmal reingucken. Die meisten Bilder hier im Schaufenster sind nicht von Fuller. In einem klaren Moment muss er sich gedacht haben, dass er lieber echte Fotografen für sich werben lässt. Natürlich wissen die nichts von ihrem Glück. Zum Hinterhof. Tür des Trödelladens, noch ein Schaufenster und dann geht's Richtung Hafenpromenade. Die wollen da hinten sagen, geh bitte her. Ampel. Ich bin erst seit ein paar Tagen hier. Aber genau so lange ist die Ampel da schon kaputt. Die ist ja nicht kaputt. Die sagt einfach nur, du sollst auf Vorfahrt achten. Mehr ist das nicht. Tor zum Hinterhof. Wir schauen uns erstmal gründlich um. Werkzeugschuppen. Ein uralter, klappriger Werkzeugschuppen. Darin bewahrt Voller den Schrott auf, wenn er ihn nicht einfach irgendwo in den Hinterhof wirft. Also, nicht viel. Ja. Alter, so viel Zeug. Man hat halt echt noch nicht so den Plan, was man machen soll. Ich weiß jetzt nicht, ob das sinnig ist, hier alles anzuklicken. Können wir natürlich mal machen. Dann sehen wir auf jeden Fall schon, was es alles gibt. Durchs Fenster kann ich nur in Vollers Büro sehen. Das Fotoshooting kann ich leider nicht beobachten. Willst du das beobachten? Macht man so etwas? Hundekäfig, okay. Das ist der Hundekäfig für den Hund von Vollers Mutter. Aber der Hund ist meistens eh im Haus. Ich habe ihn zumindest noch nie hier im Käfig gesehen. So, wieder da haben wir nochmal neu gelaunt. Mal schauen, ob das jetzt stabil bleibt. Ich drücke allen die Daumen, bei denen es gerade technische Probleme gibt. Das ist stabil. Bleibt ansonsten, wie gesagt, es landet natürlich auch wieder auf YouTube. Aber das ist ja nie das gleiche. Ein etwa zwei Meter langes Stück Abschleppseil in tadellosem Zustand. Dafür ist dann die Qualität noch ein Stück besser. Ein Stück besser. Was muss man sagen? Pass. Wenn mir jemand sagen würde, der alte Fettsack verklappt Giftmüll, ich würde es ihm zu kaufen. So, noch irgendwas? Gitterrost. Schauen wir da mal rein. Ich bin noch ein bisschen planlos, muss ich sagen. Noch schwebe ich da so rum, aber wir schaffen das. Ein massives Eisengitter. Es liegt über dem Lichtschacht, der zum Keller führt. Okay. Fenstergitter. Das Fenster ist vergittert. Die Stäbe sehen ziemlich kräftig aus und sind in der Wand eingemauert. Okay. Sonst noch irgendwas? Kippfenster. Das Fenster ist geöffnet. Vermutlich, um für etwas frische Luft zu sorgen. Oder es lässt sich nicht mehr richtig schließen. Er weiß. Bei mir läuft alles perfekt. Zum Glück. Giftmüll. Ratchet. Erstmal ein schöner Name. Ich denke, support an Ratchet & Clank. Und willkommen hier im Fuchsbau. Ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem Kleinstream gegen die Einsamkeit. Wäschespinne. Gestern hat voller Wäsche aufgehängt. Für sich und seine Mutter. Ich fand es einigermaßen überraschend, dass ein Großmaul wie er die Wäsche seiner Mutter wäscht. Und vor allem beunruhigend. Der Mann ist weit über 40 und lässt sich von seiner Mutter herumkommandieren. Kein Wunder, dass er nicht ganz dicht ist. Hoffentlich hört der gute Mann das nicht, wenn du hier so einfach im Hinterhof für dich selbst... Ich sag ja nur. Ich sag ja nur. So, ich denke, wir sind hier erstmal durch. Wir gehen mal zurück zur Straße. Wir sollen jetzt so in Richtung deiner... Einfach mal machen, ne? Guck mich halt ein bisschen um. Einfach mal alles anklicken. Ein bisschen schauen. Und dann geht es schon. Schaufenster. Ein unglaubliches Sammelsurium aus alten Degen, Pistolen, Uniformen, Schiffsglocken, Radios. Solange es alt ist, wird es hier verkauft. Erklärt die miese Laune vom alten Sack. Könnte sein. Könnte sein. Vielleicht hat er aber auch andere Probleme. You never know, ne? Tür des Trödelladens. Abgeschlossen. Nein, wir dürfen da auch rein. Kommen Sie herein! Sehen Sie sich um? Kaufen Sie! Äh, danke. Ah, ein junger Mann. Sind Sie Soldat? Äh, schwer vom Begriff? Haben Sie gedient? Sir, nein, Sir! Willst mich wohl verscheißern, wa? Such dir was aus und dann verschwinde wieder. Ma? Das ist aber, weiß ich jetzt auch nicht, nicht nett, so Kunden so zu begrüßen, ne? Ist sowieso verscheißern! So, gucken wir uns mal um. Also. Rang. I want you. Haben Sie gedient? Ein Schrank, voll mit den verschiedensten Dingen. Bücher, ein Grammophon, Kisten, Messgeräte. Willst du was kaufen? Ich schaue mich erst einmal um. Seitenschneider. Der wird noch notwendig werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ein Seitenschneider, mit dem man Kabel durchtrennen kann. Nimm ihn. Ich würde gern diesen Seitenschneider kaufen. Zwei Dollar. Haben wir auch Geld? Hast du gar nicht handeln? Hast du zu viel Geld? Bekommst es vorne und hinten reingeschoben, wa? Noch nie im Leben gearbeitet und keine Ahnung, was ein Dollar wert ist, wa? Zwei Dollar sind zwei Dollar. Zu ihrer Zeit war das vielleicht ein Abendessen mit Kinobesuch für zwei Personen. Für mich ist es ein halber Burger. Sei froh, dass du dir einfach so einen Burger kaufen kannst. Es gibt immer weniger Rinderfarmer bei uns. Die ganze Import-Scheiße aus Dritte Weltländern macht die Preise kaputt. Und all die armen Cowboys können bald nicht mehr mit ihren Viehherden durch die Prärie ziehen und romantische Lieder am Lagerfeuer singen. Verscheißern kann ich mich selber. Damals, als alles noch einen Nickel gekostet hat, ja? Ja, ja. Also die Dialoge sind schon ganz lustig eigentlich, ne? Also, ja. Radio. Vielleicht hat Eddie das irgendwo im Zweiten Weltkrieg aufgegabelt. Ist er Eddie? Eddie, Eddie! Der Trödeladenbesitzer. Er scheint blind zu sein. Vielleicht tut er aber auch nur so. Würde zum Klischee passen. Was passiert jetzt? Achso. Reden wir mal mit ihm. Sag mal, warum hast du nicht gedient? Drüben im Irak können sie jeden brauchen, den sie kriegen können. Im Irak? Der Krieg ist seit zwei Jahren vorbei. Was du nicht sagst. Merk dir meine Worte. Präsident Bush wird Saddam noch zur Strecke bringen. Ist klar. Sie wissen schon, dass Bush nicht mehr Präsident ist? Und dennoch wird er die Sache zu Ende bringen. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Ja, sicher. Seit Donald glaube ich inzwischen auch alles, wo ein Wille ist, da sind viele Wege. Fragen wir erstmal über unseren Chef, ne? Kennen Sie Fuller? Sind die Idioten von nebenan? Nachbarn kann man sich nicht aussuchen, oder? Ja. Sie scheinen nichts für ihn übrig zu haben. Der Kerl hat in seinem Leben nie was erreicht. Sitzt faul in seinem Laden. Lässt sich von seiner Mami den Arsch abwischen. Lässt das Haus mal kommen. Höre meine Worte. An ihm kann man sehen, was in diesem Land falsch läuft. Schon klar. Seit dem Zweiten Weltkrieg geht's bergab, oder? Schade, dass es keine ordentlichen Kriege mehr gibt. Auch die Wehrpflicht haben sie abgeschafft. Mach dich nur lustig, Junge. Eine ordentliche Trachtfrügel oder zwei Runden in Vietnam und der wäre jetzt nicht so... So... So einer. Was meinen Sie mit so einer? Ach, nichts. Der Kerl ist ein Schwein. Da läuft einige schief bei dem. Der hat Dreck am Stecken, das sag ich dir. Okay. Ja. Eddie! Ey, Eddie! Und wer sind Sie? Gehört Ihnen der Laden? Nein, ich bin hier eingebrochen und du hast mich dabei überrascht, wie ich den Laden leerräumen wollte. Oh, wie lustig. Haben Sie lange darauf gewartet, den Witz einmal bringen zu können? Deiner Generation mangelt es an Respekt vor dem Alter. Ich habe dafür gekämpft, dass du hier leben kannst. Ich habe dafür geblutet. Und ich werde Ihre Rente zahlen. Wir sind quitt, Mr... Edward D. Warren, kurz Ed. Oder Eddie. Für meine Freunde. Hallo, Eddie. Ich bin Darren. Netten Laden hast du hier. Zu meiner Zeit war es nicht üblich, dass man Ältere mit ihren Vornamen angesprochen hat. Wir leben in meiner Zeit, oder, Ed? Ich denke, du solltest dir hier etwas aussuchen und dann verschwinden. So habe ich mir das gedacht. Den guten Staatsbürger spielen und trotzdem hinter jedem Dollar her sein wie der Teufel hinter der Seele. Also er macht sich hier Freunde in dem Kaffee. Ich glaube, der hat auch keinen Bock, nochmal wieder hierher zurückzukehren, so wie er sich benimmt. Gut. Ich glaube, wir sind hier soweit. Erstmal fertig. Wir können uns natürlich ein bisschen umgucken. Noch einen alten Projektor. Sieht von hier aus gesehen nach einem Dier-Projektor aus. Korrekt. Die beiden werden doch beste Freunde. Jedes Game, was Blaufuchs zockt, ich... Woher kenne ich diese Stimme? Geht mir aber ähnlich. Ich frage auch schon ihn hier. Also Eddie, den kennt man auf jeden Fall. Und auch den Hauptcharakter kennt man irgendwoher. Ich weiß noch, ich kann es noch nicht zuordnen. Regale mit unnützem Krempel. Wenn du nur meckern willst, verschwinde! Funkgerät. Ein altes Funkgerät. Sieht ziemlich professionell aus. Sind Sie Hobbyfunker? Jetzt kommt das Branding. Hobbyfunker? Du meinst einer dieser Idioten, die sich toll vorkommen, wenn sie einen anderen Idioten am Rohr haben, der zwei Straßen weiter wohnt? Ich war Funker bei den Hell Devils. Ach, das Infanterieregiment der vierten US-Infanterie. Batteriedivision. Ich war in Nordafrika dabei. Und in Sizilien. Dann in der Normandie am Utah Beach. Wurde am Rhein verwundet. Augen! Hab ein Purple Heart bekommen. Und sind Sie nun Funker oder nicht? Ich halte die Tradition am Leben. Ich spreche regelmäßig mit alten Kameraden. Können Sie überall erreichen. Ich bin eine Art Experte, möchte ich sagen. Halte meine Sachen in Schuss. Allzeit bereit. Ah, okay. Gut zu wissen. Für den Fall, dass mal wieder ein Krieg ausbricht, muss er bereit sein. Ist doch bestimmt so ein Prepper, Alter. Hat bestimmt seinen Keller und alles dabei. Ja, kennt man. Dieses Bild habe ich schon etliche Male gesehen. Mhm. Dann ist ja gut. Ich würde sagen, wir verlassen den Laden auch jetzt erstmal wieder, bevor der uns abschicht oder so, ne? So, also die Synchro finde ich ein bisschen überzogen. Ich finde es anstrengend zuzuhören. Ah, es ist schon... Es ist... Abwarten. Bis jetzt waren halt alle Leute, mit denen wir geredet haben, Deppen. Mal sehen, ob sich das noch ändert. Irgendwie muss ja auch noch die Brücke zu Black Mirror geschlagen werden. Ich bin gespannt, wie das noch passieren wird, aber es wird passieren. Hydrant. Ein Hydrant. Wie jeder andere auch. Ich kann nichts Besonderes entdecken. Ich finde es eher... Ich finde, die Stimmen sind ein bisschen zu leise. Die könnten noch ein bisschen lauter sein. Jetzt mal eben gerade gucken. Optionen. Ob wir das noch ein bisschen lauter kriegen. Sprache ist auf 100. Ich würde die Effekte mal noch runterdrehen auf 80. Umgebung mal runter auf 50. Ja, Musik. Machen wir auch mal auf 55. Der Rest passt wohl. Speichern. Mal sehen. Ich finde nämlich... Wieder da. Aber in der Wanne, Wanne. In der warmen Wanne. So ist vernünftig. So, kann man eigentlich jederzeit speichern? Laden, speichern, Menü öffnen. Speichern. Oh, hier. Es geht wieder los. Ich wollte nur mal ausprobieren. Sicher ist sicher. Stream 1. Wunderbar. Weiter geht's. Endlich mal Richtung Hauptbereich. Ich muss sagen, für ein Opening ist das schon sehr offen so. Also es geht los und du hast schon gleich so viele Orte. Und ein Doppelklick auf interaktive Spielelemente löst unmittelbar die entsprechende Aktion aus. Aha. Ein Rettungsring. Ein Rettungsring. Standard zertifiziert und 15 Meter, kein Problem. So, da ist eine junge Frau. Ich möchte jetzt erstmal mit der jungen Frau sprechen. Ein Cabriolet. Also der ist ja auch komplett grundverbittert, der Junge, oder? Also jetzt mal ernsthaft. Ist ja egal, was der andere, aber er ist immer schlecht drauf. Öh. Ist doch fürchterlich. Ist ja wirklich fürchterlich. Biddeford ist nicht wirklich eine Hafenstadt. Dennoch gibt es hier massig Boote. Vor allem Segelschiffe. Ist doch schön. So, Metallstange und Souvenirladen. Schauen wir jetzt mal von außen rein. Eigentlich kann man in dem Laden nur Touristen-Nap kaufen, aber die Post liefert auch die Pakete für die Nachbarschaft hier ab. Ja, in so kleinen Orten ist das oft so. Junge Frau. Ich möchte jetzt mit dir reden. Und da oben ist eine, äh, nicht Taube, ein Möwe. So heißt es. Eine Möwe. Also IP-Zertifikat bedeutet nur, dass es abgesignet wurde, dass es dicht ist. Ein Handy ohne muss nicht zwangsweise wie ein Schwamm sein. Das ist mir schon durchaus klar. OnePlus beispielsweise hat sich damals diese Zertifizierung einfach gespart. War dennoch aber dicht. Also, du kannst auf ein dichtes Handy bauen und dich nicht zertifizieren lassen. Wir haben bei uns etwas ähnliches mal mit einer Software gehabt. Man hätte die Software zertifizieren lassen können. Hätte irgendwie 500 Euro gekostet pro Zertifizierungsgang, den man alle halbe Jahre neu machen muss. Und hätte die Software aber kein Stück besser gemacht. Man hätte halt nur sagen können, wir haben jetzt dieses tolle Zertifikat, ne? Haben wir dann halt nicht gemacht. Und so hat OnePlus das auch gemacht. Aber man muss halt sagen, die Leute sind halt einfach dumm, ne? Insofern, ähm, macht man es dann halt, ne? Inzwischen macht OnePlus es ja auch, weil die Leute halt dann sehen, oh, guck mal das iPhone. Das hat diese Zertifizierung. OnePlus hat das nicht. Dann sind sie bestimmt nicht dicht. Und so ist es nun mal. Da kannst du dann noch so viele YouTube-Videos machen, wo du das Ding versenkst und sagst, ah, es ist dicht, es ist auch dicht, ne? Die haben halt nur kein Geld für dieses sinnlose Zertifikat ausgegeben. Insofern, ich bin da ganz bei dir, ja? Ich bin da ganz bei dir. Hotel Wild Coast. Da hinten hört der Hafen auf und die natürliche Küste beginnt. Da gibt es über viele Meilen vereinzelte Häuser. Häufig Pensionen und Hotels mit Meerblick. Junge Frau. Ja, sie ist ja auch in dieser Stadt voller Arschlöcher, da werde ich auch traurig. Alles okay? Nein, eigentlich nicht. Ähm. Carrie ist hier gestorben, vor zwei Jahren. Sie war meine beste Freundin. Oh, das tut mir leid. Wie ist es denn passiert? Du bist wohl nicht von hier. Nein, aus Boston. Ich verbringe die Semesterferien bei meiner Mutter. Nun ja, Carrie hat sich umgebracht. Keiner weiß warum. Sie war bei allen beliebt, intelligent und immer fröhlich. Ich glaube, beim alten Fuller im Schaufenster steht noch ein Foto von ihr. Die junge Frau mit den dunklen Haaren und den grünen Augen. Ja, das Bild kenne ich. Wirklich eine hübsche Frau. Sie hatte noch so viele Pläne. Nach dem Studium wollte sie mit ihrem Mann Jason hier in Biddeford einen Kindergarten eröffnen. Ich verstehe es einfach nicht. Von einem Tag auf den anderen hat sie sich komplett verändert, zog sich völlig in sich zurück. Oft war sie deprimiert und melancholisch. Niemand kam mehr an sie heran. Ich, dein Mann, Jason. Dabei liebten sie sich über alles. Irgendwann hat sie sich dann einfach ins Meer gestürzt. Und niemand weiß warum? Niemand. Jason ist wohl auch nie darüber hinweggekommen. Er konnte ihr nicht helfen. Hat dann ein paar Monate später dieses hirnlose Klatschweib mit dem Cabrio geheiratet. Sicher auch nur, weil er sich so einsam fühlte. Mit Liebe hat das jedenfalls nichts zu tun. Er muss sich wirklich sehr einsam gefühlt haben. Ich wäre jetzt gern wieder allein. Klar, Entschuldigung. Sind die hier denn so krass am Breeden, dass sich das lohnt, hier den Kindergarten aufzumachen? Metallstange. Eine glatte Metallstange. Sie ist aus dem Geländer rausgebrochen. Rechte Maus, das ist ja immer die Magie der rechten Maus, das du noch ausprobieren. Ich will sie nicht weiter belästigen. So, er kennt OnePlus. Jo, natürlich, er war lange, 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 lange Zeit OnePlus-Fan. Bin es eigentlich auch immer noch. Habe aber dann doch den Kosmos gewechselt. Muss ich zu meiner Schande zugeben. Ohne Zertifikat ist es theoretisch günstiger. Theoretisch. Das muss aber nicht so sein, weil du musst ja die Ersparnis nicht unbedingt an die Kunden weitergeben. Genauso wie ein Handy mit einem Zertifikat nicht unbedingt teurer sein muss, weil du musst die Kosten ja nicht unbedingt weitergehen. Hängt ja ein bisschen strategisch davon ab, wie du dich am Markt platzieren möchtest, sag ich mal. Jo, blablabla, bitte, was gibt es wirklich? Ich denke, ja. Was hast du für ein Aktuell? Was hast du für eins aktuell? Ich hatte vorher das OnePlus 8 Pro, glaube ich. und bin dann gewechselt auf das iPhone 12 Pro. Tatsächlich. Ich habe den Wechsel vollzogen. Ich hatte vorher einmal zeitweise eine iPhone-Phase und habe mir dann diese Uhr gekauft. Und wenn du einmal ein iPhone und die Apple Watch in Verbindung zusammen hattest und wechselst zurück in den Android-Kosmos, dann geht es einfach nicht mehr, weil es einfach im Android-Kosmos nichts Vergleichbares gibt, was ansatzweise daran kratzt an dieser Kommunikation. Und mir hat es einfach extrem gefehlt, deswegen bin ich wieder zurück. Ja, so sieht es aktuell aus. Aber ich beobachte natürlich, was auf der Android-Welt passiert und dadurch, dass Google ja Fitbit oder so aufgekauft hat. Kann man hoffen. Das Problem auf der Google-Seite ist, dass diese ganzen Hersteller alle irgendwelche Smartwatches rausbringen und eigene OSs dafür schreiben. Samsung mit ihrem Tizen, Tizen, wie auch immer. Jetzt OnePlus auch ein eigenes Betriebssystem geschrieben. Das ist halt immer dumm, weil dann zerfaserst du das Ökosystem immer mehr und dann muss ein Entwickler sich ja entscheiden, ist bei uns ja genauso, unsere App, mache ich die jetzt für, die mache ich jetzt für Android und die mache ich für iOS und die mache ich auch automatisch auch für die Watch von iOS da. Und bei der Google-Welt musst du dann überlegen, Wear OS, Tizen, Oppo OS, was weiß ich, was die da noch alles am Start haben. Und dann sagst du dir natürlich als Entwickler, da ist der Markt ja so winzig von den Leuten, die da so eine OnePlus-Uhr haben, dann rechtfertigst du einfach den Aufwand nicht. Und das ist halt die dumme Scheiße, die da aktuell passiert. Immer so aus Entwicklersicht gesprochen. Das regt mich halt auf, ja. Und dann sag ich so zu ihm, Jason, ich brauche dringend ein neues Auto. Ach, und dann? Das ist die mit dem Cabrio. Und was soll ich dir sagen? Draußen steht's. Ist nicht dein Ernst. Doch, ein Cabriolet-Bildschön. Das musst du mir unbedingt nachher mal zeigen. Oh, zeig mir das. Das mach ich auf jeden Fall. Apple kommt von mir nur ein Arschschritt. Kann man machen. Unglaublich. Und was hat er gemacht? Tja, hat sie einfach sitzen lassen. Na, das hat sie aber auch nicht besser verdient. Ich hab dir ja noch gar nicht alles erzählt. Da gibt's noch mehr? Ja, also pass auf. Kommt da noch was? Nee. Auf jeden Fall, ja, ich war ähnlich mal, war auch mal so drauf. Von der Cross, ich war absoluter Megafeind. Aber, äh, hat sich gewandelt, sag ich mal. Andenken. Ich guck mich jetzt einfach in meinem Laden um. Kleine Leuchttürme, Plaketten, Miniaturrettungsringe mit der Aufschrift Biddefort, Plastikhummer, Porzellanhummer, Holzhummer, Metallhummer. Ich möchte alle... Ich möchte jeden Hummer haben. Wer will, erst mal schön, dass du da bist. Ich brauche deine Hilfe auf jeden Fall unbedingt. Freue mich, dass du es auch noch geschafft hast. Ich hoffe, du bist ja voll dabei und am Start. Ich hab keinen Fall weiter, okay? Sieht nicht unbequem aus. Natürlich nicht. Wo denkst du hin? Du bist ein Schatz, Rosie. Wie war jetzt nochmal die Geschichte mit deinem neuen Wagen? Formulare. Alle möglichen Formulare. Müllentsorgung und Sperrmüll, Telefonummeldung. Hier ist ein Formular vom Komitee. Unsere Stadt soll schöner werden. Da ist meine Mom im Vorstand. Man soll wohl Anregungen einschicken, was man in der Stadt verbessern könnte. Nicht die Schwester. Die Cousine von Louis ist das. Kevin Psyl, was ist das denn für eine Applikation? Ich bin neugierig. Bei mir kam der Wechsel, bei mir kam der Breaking Point, wo ich mich nach einem Powerbook umgesehen habe, sondern einem Ultrabook. Und wenn du dann halt feststellst, dass die Ultrabook-Geräte von Apple in der Konkurrenz am billigsten sind. Dass ein nicht mal vergleichbares Microsoft-Gerät einfach mal stund 400 Euro mehr kostet und nicht besser ist, dann sind wir halt an einem Punkt, wo es langsam schwierig wird. Gleich ist es ja halt auch mit dem iPhone 12 da, wenn du das vergleichst mit dem OnePlus Nord. Tja, die einfach sitzen lassen. Aber du kaufst dich ja halt auch ein bisschen in den Kosmos da halt ein. Und man muss halt ein bisschen gucken. Ich hab mir damals immer gesagt, du kannst dann halt nicht mehr alles individualisieren. Du kannst dann nicht mehr deine ganzen Krams einfach sideloaden. Also nicht so easy. Es geht ja auch. Und dann hab ich halt mal reflektiert. Okay, mach ich den Scheiß denn? Nee, eigentlich benutze ich das Gerät nur für die Basic-Features und ich benutze ja die ganzen Möglichkeiten. Dann haust du dir da mal einen Emulator drauf, dann spielst du einmal auf deinem Handy called Spyro und denkst dir, geil, ich spiele Spyro auf meinem Handy, aber in Wirklichkeit wirst du es danach nie wieder verwenden, weil du warst das halt mal gemacht und so nice. Ach ja. Auf dem Labby kommt mir eh nur Linux. Da muss ich ja auch nicht zocken können. War bei mir früher ähnlich so. Auch als Student und so hab ich immer Linux drauf gehauen. Damals Ubuntu, dann irgendwann gewechselt auf Linux Mint. Sag's auf keinen Fall weiter, okay? Und ganz am Ende, weiß ich gar nicht mehr, was ich da zu spüren bis zu genutzt hatte. Du bist ein Schatz, Rosie. Weiß ich nicht mehr. Wie war jetzt nochmal die Geschichte mit deinem neuen Wagen? Aber wenn du nicht zockst, selbst du kannst ja sogar zocken mit Steam und dem Proton-Ding, läuft ja sogar das jetzt wunderbar, ne? Wo hast du's denn? Ich werde jetzt mal mit den Leuten reden, weil mich nervt es hier im Background gerade. Sorry, dass wir hier so viel auf Topic quatschen, aber es ist, dass das Informatikerherz das hochschlägt, weißt du? Das ist aber noch ein bisschen hin. Das ist halt genau mein Ding, ne? Ach was. Ich rede jetzt erstmal mit dieser Kundin da. Ob sich Mrs. Oberflächlich mit Engels auskennt? Oder ob sie auf Nirvana steht? Ernsthaft, was sollte ich mit ihr besprechen? Frag sie doch mal, ob sie auf Nirvana steht. Miss Oberflächlich. Vielleicht eine Immobilienmaklerin. Oder sie ist hauptberuflich Ehefrau. Ach, und dann? Alter, er ist halt echt krass verbildet, der Junge. Aber echt krass. Hallo? Ist nicht dein Ernst. Doch, ein Cabriolet-Bildschirn. Bildschirn. Die haben auch sofort wieder vergessen, was los ist. Ähm. Entschuldigung. Äh. Hast du was mit den Ohren? Nein. Ich wollte nur ein Paket. Dann sind es also die Augen. Hä? Ich rede hier. Siehst du das nicht? Ich sehe sie klar und deutlich. Leider. Aber ich muss für Fuller vom Fotostudio... Bei mir im Laden wird nicht vorgedrängelt. Stell dich an und warte, bis ich fertig bin. Also die jungen Leute heutzutage? Ständig. Ständig muss ich mich mit solchen rumschlagen. Keine Erziehung. Was ist es? Was war jetzt mit deinem neuen Auto? Also ich hasse diesen Ort. Ich hasse ihn einfach. In schönem Rot und alles nur vom Feind. So, können wir irgendwas machen? Du hast es dir verdient. Steuerrad. Das Steuerrad eines alten Schiffes. Es soll wohl maritimen Charme verspielen. Charme. Auto zerstören. Ich denke auch, dass wir irgendwas mit dem Auto machen müssen. Oh nein. Der Fazit scheint. Ah, 38 Tussi. Ach was. Tatsache. Was war jetzt eigentlich mit Gabelstabler, Peter und der Schwester von diesem Dings? Nicht die Schwester. Die Cousine von Louis ist das. Oder? Ich dachte, die wäre... Müssen wir mal genau hinhören. Ich glaube, ja. Und dann sage ich so zu ihm, Jason, ich brauche dringend ein neues Auto. Aber ja, es ist auf jeden Fall genauso wie bei Passierstein 8.30, wo sie sich einfach nur unterhalten. Ist nicht dein Ernst. So, was haben wir noch? Reiseführer. Ich gucke mich jetzt mal nochmal um den Laden, dann gehen wir wieder raus, dass ich mich aushalte. Neu England, Quebec, England und Wales, die Niederlande, Nationalparks der USA, die Toskana, Hongkong und so weiter und so fort. Tja, was machen wir denn jetzt? Vielleicht eine Immobilienmaklerin oder sie ist hauptberuflich Ehefrau. Und was hat er gemacht? Tja, hat sie einfach sitzen lassen. Anzeigen. Na, das hat sie aber auch nicht besser verdient. Ich habe der ja noch gar nicht alles erzählt. Ich habe der ja noch gar nicht alles erzählt. Da gibt's noch mehr? Großer Frühjahrsbazar. Hits a go-go. Tanzen, bis der Arzt kommt im Gesundheitszentrum. Du bist halt auf dem Dorf jetzt hier, ne? Da ist Dorf, Junge. Die Uhr. Ich habe ihn selbst gesehen. Die Uhr muss kaputt sein. Na, aber mit Sicherheit ist es nicht so gut als wie mein neues Capriolet. Oh, scheiß Bruder. Gut. Ich denke wir sind... Ich habe ja gleich Mittagspause. Was? Ach ja. Ich habe ja gleich Mittagspause. Ich rede die jetzt nochmal an, okay? Und was sagt dein Jason dazu? Der weiß es noch gar nicht. Hallo. Werde ich hier auch nochmal bedient? Hallo? Selbstverständlich. Sobald ich mit dieser Kundin fertig bin. Und das ist wann? Wenn sie mit blutenden Ohren auf dem Boden liegt? Unverschämtheit. Ich bediene die Kundin so lange, wie ich es für richtig halte. In diesem Laden wird Service groß geschrieben. Ah, das sehe ich. Also die jungen Leute heutzutage. Das ist ja nicht so gut. Ständig. Ständig muss ich mich mit solchen rumschlagen. Keine Erziehung. Was ist denn? Ob sich Mrs. Oberflächlich mit Engels auskennt? Okay, dann gehen wir jetzt mal raus. Ich denke mal auch, dass wir was mit dem Auto machen müssen. Und wie die Alarmanlage auslösen müssen, dann denke ich schon raus. Kannst du draußen... Ey, Wildlife ist da. Grüße gehen raus, Wildlife. Schön, dass du auch hier bist. So, ich werde mir jetzt die Metallstange nehmen und einfach den Lack zackratzen. Dann kommt sie schon raus. Boah, also bis jetzt muss ich aber zugeschnitten. Es ist echt anstrengend. Die Leute sind wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ich habe jetzt den Tooltipp nicht gelesen, ganz klar. So, wir haben eine... Um zusätzliche Hintergrundinformationen zu Gegenständen zu erhalten, klicken sie mit der rechten Maustaste an. Okay, auf geht's. Eine Metallstange von der Hafenpromenade. Ziemlich gut erhalten. Bis auf den Rost und den Knick in der Mitte. Das mache ich ja nix, ne? Dann haben wir noch einen Seitenschneider. Einen Seitenschneider. Ziemlich schwer. Nicht mehr das neueste Modell, aber ich würde sagen, er erfüllt seinen Zweck. Zweck. Okay. R. Das war so geil, Kev. Der muss nicht passen. Ich glaube, hier hat sie die Predator, die passt hier schon 38 Anekdote hergeholt für Witcher 3. Ja. Diese Stille. Herrlich. Ich habe es auch kaum noch ausgehalten da drin. Ich wäre vorausgehend und mit dem Seitenschneider die Ventile von dem Cabrio... Cabrio die Reifen schneiden. Vielleicht hat die Kundin dann ja was Besseres zu tun, als zu labern. Gute Idee. Gute Idee. Wir gucken es nochmal weiter um. Kann ich mit dem reden da hinten? Nein. Der ist nur Deko. Zum Strand. Da hinten. Dann schwimmt der eben. Springt der rein und schwimmt eben lang. Also wir gehen mal zum Auto und gucken mal, ob wir da was machen können. So. Mal sehen. Ich kriege es nochmal wieder an. Das ist das Auto dieser Klatsch-Tante aus dem Laden. Hm. Das könnte mir helfen. Was hast du vor? Einfach reinpinkeln oder was? Und rein. Oh oh. Entschuldigen Sie? Oh. Mein Cabriolet. Wie sie auch rennt, Alter. Mithilfe des Mausrads kannst du die Gegenstände an deinem Mauscursor durchschalten. Hier. Das ist ja praktisch. Ah. Da muss ich nicht unten das Menü öffnen. Oh. Für die ganz Fahnen. So. Ich werde aber jetzt erstmal mit Rosi reden. Nanu? Bin ich etwa schon dran? Geht ja der Sand voran hier. Was willst du? Ich soll für Fuller vom Fotostudio etwas abholen. Abholschein. Dann ist sie auch freundlich, du. Das hier ist das Richtige. Hast du noch einen anderen Zettel? Ist noch ein Paket für einen alten Fuller hier. Nö. Leider nicht. Kann ich es so mitnehmen? Bei freundlicher Kundschaft drücke ich da schon mal ein Auge zu. Mir geben sie es also nicht? Gott, nein. Alter Bruder. Sorry, ich gebe mir noch einen Brief. Brief. Nein? Ich dachte... Achso, der ist für Mrs. Bieber. Das ist aber nicht Mrs. Bieber. Das ist Rosie. Okay. Ich rede jetzt erstmal mit ihr. Angelina. Hier läuft eine auffallend hübsche junge Dame durch die Gegend. Kennen Sie die? Hast einen Blick auf sie geworfen, was? Kennen Sie sie? Kennen ist zu viel gesagt. Kam hier rein und hat nach einem Fotostudio gefragt. Ich habe sie zu Fuller geschickt. Sie war etwas unfreundlich. Hat mich und meine Freundin im Gespräch unterbrochen. Das ist ja unfassbar. Wie lange ist sie denn hier am Labern, die Frau? Unfassbar. Kennen Sie den alten Eddie? Kennen Sie Eddie? Vom Trödelladen? Aber sicher. Ich kenne so ziemlich jeden hier. Was ist mit dem? Ist ein Junggeselle. War auch nie verheiratet, soweit ich weiß. Aber wer würde es auch schon lange mit dem aushalten? Diese ständigen Kriegsgeschichten. Kannst du dir das vorstellen? Ist er wirklich blind? Ich habe noch nichts anderes gehört. Wetten würde ich aber nicht drauf. Er ist ein Schlitzohr. Vielleicht will er mit seiner Behinderung auch nur ein paar Dollar mehr machen. Das hat bei uns jetzt nicht funktioniert. Wir haben aber auch nicht gefeilscht. Rosi. Was hat eine wie Sie hierher nach Biddefort verschlagen? Eine wie mich? Du meinst eine Dicke in einem Staat voller Fitnesswütiger? Wir haben mal so einen kleinen Asozialen hier. Nein. Ich meinte, warum jemand so unfreundlich ist, ausgerechnet im Touristenshop der Stadt arbeitet. Du bist auch nicht gerade in der Ausgeburt von Höflichkeit, mein Kleiner. Ich arbeite auch nicht im Touristenshop. Ich bin in New Jersey aufgewachsen. Mein Vater meinte, die Nachbarschaft wäre nichts für mich und meine Geschwister. Also hat er einen Job in der Papierfabrik angenommen und uns alle hierher verschleppt. Zufrieden? Und einen Job als Trucker oder Bauarbeiter konnten Sie nicht bekommen? Du solltest dich nicht mit mir anlegen. Ich kämpfe in einer anderen Gewichtsklasse als du. Ganz unbestritten. Ja, gut gekontert. Gut gekontert. Komm. Das war nicht schlecht. Das muss ich hier lassen. Aber was ist denn los mit den Leuten in diesem Ort? Harry. Hey, Rosi. Kannten Sie Carrie? Die erste Frau von Jason? Natürlich kannte ich sie. Ist so ein Jersey-Ding wahrscheinlich. Ich kenne jeden in Biddefort. Schließlich ist das hier die einzige Froststelle. Und? Wie war sie so? Geht dich das was an? Ich wollte nur etwas plaudern. Das ist ein Jersey-Ding. Ja, ja. Ja, ja. Hallo. Vor die Beleidigung gegen Trucker. Hau dir eine rein, Fuchs. Finde ich auch nicht in Ordnung. Cool bleiben, Mr. Trucker. Ich finde das Angefauche aber nicht so lustig wie das Arbeiten schicken. Ja, das fand ich, muss ich gestehen, fand ich auch witziger. Wo wir die Leute dauernd zur Arbeit animiert und angetrieben haben. Meine Lieben. Der Hahn ist schon über der Zeit und kräht ja noch gar nicht. Wer war denn hier auf Hahn-Dienst? Wen muss ich hier jetzt zur Arbeit antreiben? Frage für einen Freund. So, wir machen kurz mal entspannte 5 Minuten Pausen und nutzen erstmal das Speichermenü. Noch sind wir nicht tot. Das finde ich sehr gut. Speichern. Ich muss aufpassen. Ich werde nachher irgendwann auch so den Laden und kotzen. So, wirklich? Ja. Wir können ja eigentlich auch immer weiter speichern. Das schadet ja nicht, ne? Wir machen... Nö, 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 nö. Wir haben ganz... Ah, du hast recht. Scheiß, du hast recht. Hier ist Umschluss. Ich nehme alles zurück. Wir haben noch eine Minute. Eine Minute haben wir noch. Wir reden noch kurz. Also. Bis jetzt finde ich es, äh, anstrengend. Es sieht hübscher aus, muss man natürlich sagen. Vor allen Dingen, weil auch in den Bildern jetzt ein bisschen Bewegung drin ist, ne? Wir sehen hier oben, der Fernseher bewegt sich. Hier ist es ein bisschen Klöterkram, der sich bewegt. Also rein optisch, finde ich, hat sich schon viel getan. Alles nice. Ähm, ich muss sagen, beim Hauptcharakter habe ich mir noch nicht so ganz sicher seine permanente Angepisstheit und ich hasse alles. Und alles ist Schlechtheit. Ist irgendwie vertraut. Nicht von mir jetzt, aber, ne? Äh, mal sehen. Jetzt ist es jetzt um. Jetzt wäre es an der Zeit. In 5 Minuten wieder weiter. Ich hoffe, das Game stürzt jetzt nicht raus, wenn ich raus alt tabbe. Aber das werden wir sehen. Bis, äh, ja. Bis gleich in entspannten 5 Minuten. Bis, äh, ja.